Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf Pempefort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 82 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1400 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017